Was ist eine große Möglichkeit, nette junge Menschen wie Sie kennenzulernen? Zweitens Networking und drittens Innovationen, die man ja nicht alltäglich erfährt oder in den Zeitungen liest, persönlich vororts live quasi vorgestellt zu bekommen, damit doch ein bisschen ein Marktvorteil zu bekommen und die Möglichkeit, sein eigenes Produkt vorzustellen. Den großen Trend in der Internetvernetzung sehe ich jetzt, dass wir im Prinzip die Zurückverlegung der Produktionsstätten in die althergekommenen Developed Countries, das ist für mich das große A-Erlebnis durch die Technologie ermöglicht, dass halt Amerika plötzlich wieder große Rolle mitspielt bei der Produktion, weil Logistikwege immer unangenehmer werden durch die Länge und der Zeit. Du hast ein Produkt, du musst es nach China geben zu produzieren, die Turnaround-Zeit ist mehrere Monate, allein der Transport ist sechs bis acht Wochen und dann verlierst du einen wahnsinnigen Market-Vorteil gegen Nischproducer, die halt zum Beispiel in den Schwellenländern wie Mexiko produzieren, die kostenmäßig nicht viel teurer sind wie China, aber halt über die Grenze den Steinwurf. Und das große Vorteil, den ich in Europa sehe, ist von Deutschland nach Rumänien zum Beispiel. Ich war jetzt gerade auf einer Reise in Rumänien und habe da also mit einem großen Aha-Effekt erlebt, wie aus einem wirklich unterentwickelten Land vor zehn Jahren jetzt mittlerweile ein Schwellenland wird, das man mit China vergleichen kann, nur mit höherem Lebensstandard. Ein wunderbares Sprungbrett, um halt in Amerika, hauptsächlich wo ich halt ansässig bin, junge deutsche Start-Ups an den Markt zu führen und quasi in Partnerschaft mit Mountain Partners hier Türen zu öffnen und Logistikwege auch wieder zu verkürzen, die sonst nicht gegeben wären, durch mein Network in Amerika. Und das ist hier die absolute, das ist das absolut beste Synergieergebnis, das ich, seit ich euch kennengelernt habe, überhaupt feststellen konnte. Und das ist hier die ganze Zeit.